Servus und Willkommen zu einer neuen Aufnahmesession Minecraft. Ja, die erste Aufnahmesession ist vorbei und die zweite beginnt jetzt mit dieser Folge. Und ich habe offscreen ein paar Sachen korrigiert. Wir hatten ja ein paar kleinere Fehler. Und zwar erstens mal das mit der Musik. Das klingt doch jetzt prächtig. Ich hoffe, das passt jetzt von der Lautstärke her. Ja, die sind jetzt auf jeden Fall alle auf der gleichen Lautstärke. Das heißt, ich muss hier nicht mehr von Lied zu Lied immer die ganzen Lautstärke anpassen, dass das einigermaßen gleich klingt, sondern das wird jetzt ab jetzt immer gleich laut klingen. Und ja, ich habe währenddessen ich das gemacht habe, festgestellt, dass ich Winamp mittels meiner Tastatur steuern kann. Das heißt, ich kann ja einfach ein Lied vorwärts machen und ein Lied zurück. Und ich sehe ja auch in meinem kleinen Display, wie die ganzen Lieder heißen. Also das ist schon irgendwie, ja, wusste ich nicht. Habe ich jetzt, wie gesagt, vorhin beim Rumprobieren ein bisschen rausgefunden. Also erste Ansage, wie gesagt, Musik ab heute kein Problem mehr. Ich werde auch schauen, dass ich die Playlists von Mal zu Mal ein bisschen erweitere, dass wir da ein bisschen Abwechslung haben. Die Tagesplaylist ist jetzt schon knapp über eine Stunde lang. Das heißt, das ist im Prinzip schon einigermaßen gute Abwechslung. Und das ist auch ein Shuffle-Mode. Das heißt, es wird immer zufällig ein Lied kommen. Deswegen hoffe ich, dass jetzt einfach nicht zu oft das gleiche Lied kommt. Aber falls das doch sein sollte, werde ich das in Zukunft auf jeden Fall erweitern. Weil auf der Seite gibt es noch tausend andere Lieder. Nur ich hatte bis jetzt nicht wirklich die Zeit, ja, da so ein bisschen rumzusuchen. Ja, das erstmal als erste Ansage. Als zweite Ansage, ihr könnt euch ja noch erinnern, die Ofentextur war, glaube ich, auf der Seite nicht vorhanden. Und ich glaube auch an irgendeiner seitlichen Textur. Das habe ich jetzt korrigiert. Da hat irgendwie in dem Texture-Pack genau die Textur gefehlt. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber jetzt passt das auf jeden Fall. Das heißt, wir sehen da nicht durch den Glitch, was sich quasi unter uns befindet. Was zwar auch nice ist, aber wir wollen ja nicht zu viel spoilern. So, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Ähm, ach ja, ich habe hier den Schwierigkeitsgrad auf normal gestellt. Easy ist irgendwie, weiß ich nicht, normal ist so ein bisschen... Ja, ich glaube, das macht auf jeden Fall mehr Fun, wenn die Gegner nicht nach einem Schlag schon tot umfallen und vor allem deutlich weniger Schaden machen. Und so machen sie moderaten Schaden, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn wir dann eine Rüstung haben, ist das sowieso vollkommen in Ordnung. Ähm, genau, das habe ich in World of Warcraft schon erwähnt. Und zwar, ich laufe jetzt einfach mal total blöd rum. Ich würde sagen, wir können derweil eigentlich mal, während ich hier blöd rumlabere, noch ein paar Bäume schlagen. Dafür basteln wir uns jetzt aber nochmal ganz fix eine Axt. Ach, da hatte ich sogar schon Cobblestone, okay. Ähm, einmal hier. Ich habe nämlich noch ein paar kleine Anliegen. So, jetzt einmal Richtung Bäume laufen. Die lassen wir hier noch wachsen. Und wir brauchen auch von beiden Baumtypen welche, also von den normalen und auch hier von den Birken. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall noch ein bisschen was hinpflanzen. Ja, was wollte ich erwähnen? Ähm, das habe ich in der World of Warcraft-Folge schon erwähnt. Hallo? Endgeil. Ähm, das habe ich in der World of Warcraft-Folge schon erwähnt, die auch heute online gekommen ist. Ähm, ich werde wohl in nächster Zeit den Upload-Plan ein wenig umstellen. Jetzt nicht erschrecken, es wird auf jeden Fall weiterhin an jedem Tag jede Folge, also von jedem Spiel eine Folge kommen. Das ist damit nicht gemeint. Nur, dass ich das, ähm, jeweils an in verschiedenen Uhrzeiten online stelle. Das heißt, dass ich vielleicht, ja, jetzt einfach nur beispielhaft Minecraft um 14 Uhr freischalte, World of Warcraft um 16 Uhr und Jacked Alliance um 18 Uhr oder sowas. Ähm, und da bin ich im Moment noch bei der Urzeitfindung. Ich würde mich freuen, da mir da YouTube leider keinerlei Informationen gibt. Ähm, wann würdet ihr gerne die Minecraft-Folge sehen? Soll ich sie, äh, lieber nachmittags veröffentlichen oder würdet ihr sie euch gerne abends anschauen? Ich würde das halt, wie gesagt, gerne ein bisschen aufteilen. Im Prinzip, wahrscheinlich schauen es eh nicht die meisten direkt nach dem Upload an, aber ich möchte halt einfach so ein bisschen, ja, so einen, so einen, ähm, festen Upload-Plan haben, dass ich nicht alle Videos um 14 Uhr freischalte, weil das ist, das ist irgendwie blöd, weiß nicht. Und dementsprechend, ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet, wann es euch am liebsten wäre. Also nachmittags, abends, nachts, nachts wahrscheinlich eher nicht, aber dass wir da halt so ein, so ein bisschen einen Überblick haben und ich mich danach richten kann. In World of Warcraft habe ich das, wie gesagt, auch schon gefragt. Da werde ich dann, ja, auch mal gucken, was da so in Anführungsstrichen im Voting rauskommt. Einfach mal die Kommentare ein bisschen auswerten und dann, ähm, schauen wir mal. Und ja, wie gesagt, sagt mir einfach, äh, wann es für euch am liebsten wäre. Direkt nach der Schule oder abends nach der Arbeit. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, wer hier alles zuschaut. Das wird sich aber, glaube ich, erst mit der Zeit ergeben, dass ich da so einen groben Überblick habe. Ähm, ja, wie gesagt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das würde mich erst mal interessieren und würde mir auch dabei behilflich sein, meinen Uploadplan ein bisschen zusammenzustellen. Und was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Ähm, ja, und zwar, ich habe ja bisher nicht allzu viele Mods drin. So 20 Mods will ich eigentlich auch nicht haben, aber so ein bisschen mehr Mods wären auf jeden Fall geil. Also, wenn ihr irgendwelche Mods habt, die ihr gerne bei mir sehen würdet, dann schreibt das bitte auch in die Kommentare. Dann werde ich das mal auswerten, mal gucken, was da so gewünscht wird und, ja, dementsprechend eventuell dann doch die Mods ein bisschen erweitern. Weil im Moment sind es ja nur, ähm, Reis Minimap hier rechts oben. Und Optifine, gut, das ist aber Standard. Das ist jetzt, äh, eher so ein Tweak als ein Mod. Und was hatten wir noch? Genau den Too Many Items Mod, aber den benutzen wir ja im Let's Play nicht, das wäre ja Schwachsinn. Ja, wie gesagt, also wenn ihr gute Mods habt, die, äh, ihr mir vorschlagen würdet, die ihr gerne in diesem Let's Play sehen würdet, dann tut das bitte. Wir werden jetzt erstmal hier ein bisschen Holz draus basteln. Wir haben ja jetzt schon gut hier von diesen, ähm, Baumstämmen was, aber die brauchen wir im Moment nicht. Weil ich jetzt wahrscheinlich sowieso erst nur mal die erste Etage machen werde. Das ist übrigens so ein Standardhaus, was ich immer baue. Ich finde das ganz schick, es, äh, sieht optisch auch ganz gut aus und ist auch, äh, von den, ja, vom, vom, vom... Ja, wie soll ich sagen, also es ist, es ist, äh, funktionabel. Sagt man das so? Keine Ahnung. Also es, äh, tut was es soll. Es hat alles seinen, seinen Ort und ich bin da einfach schon dran gewöhnt, deswegen bastle ich das hier einfach mal als unser Starthaus. Das können wir ja später immer noch, äh, erweitern oder uns auch irgendwo anders oder in der Nähe sogar noch ein zweites Haus bauen. Das werden wir dann aber sehen. Und ich muss echt sagen, das mit der Musik scheint zu passen. Mir dröhnt es weder aufs Ohr noch, muss ich irgendwie denken, dass es zu leise ist oder sowas. Also das scheint wirklich im Moment gut zu passen. Da bin ich jetzt gerade echt ein bisschen happy, dass das so gut geklappt hat. Das ging auch ziemlich easy, ähm, da habe ich es ein bisschen gegoogelt, habe ich so ein Programm gefunden, das hieß MP3 Gain. Und da hat man einfach den ganzen Ordner mit der Musik reingeladen und hat eingegeben, ja, auf wie viel, äh, das normalisiert werden soll. Und dann hat er das gemacht, also das ist wirklich kinderleicht, da kann man kaum was falsch machen. Qualitätsverlust gab es absolut keinen. Bei der Lautstärkeanpassung kann ich da... Achso, da ist eine Fackel alles da. Ähm, wie gesagt, es gab keinerlei Qualitätsverlust, was für mich ja eines der wichtigsten, äh, Dinge ist, dass die Qualität stimmt und dass es da keinerlei Verluste gibt. Ich bin ja ein absoluter Qualitätsfetischist. Und da meine, da ich mit meiner Audioqualität eh nicht so mega zufrieden bin, möchte ich halt zumindest das, wo ich, äh, im Moment die beste Quali liefern kann, äh, ja, da auf jeden Fall das Beste geben. Zum Thema Mikrofon, das hatte ich, glaube ich, ähm, wo hatte ich das erwähnt? Ich glaube, in dem, äh, in dem Infovideo, was ich nach dem Zeige Dein Let's Play von Sarazar aufgenommen habe. Ähm, mikrofontechnisch. Ich benutze ja immer noch mein Headset-Mikrofon und ich werde mir jetzt wohl bald so ein Großmembraner holen. Vorerst mal nicht so ein ganz so teures. Da habe ich im Moment, äh, ein T-Bone im Auge. Die kosten, je nach Modell, zwischen 100 und 120 Euro. Das ist absolut noch im Rahmen. Und, äh, damit dürfte die Qualität auf jeden Fall schon mal drastisch steigen. Also, das ist im Vergleich zum Headset hier, das ist wie Tag und Nacht, absolut. Und dadurch, äh, wird meine Stimme, denke ich, auch ein bisschen, ja, ich sag mal, die, die, die Tiefen werden damit gut verstärkt. Das heißt, da ich eh eine tiefe Stimme habe, dürfte da meine Stimme auf jeden Fall besser zur Geltung kommen. Ähm, das werde ich in den nächsten zwei, drei Wochen wahrscheinlich nachrüsten. Also, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das heißt, die, äh, Stimmqualität, die wird auch deutlich besser werden, als es jetzt schon ist. Und ja, ansonsten, wie gesagt, basteln wir jetzt erstmal hier in unserem Häuschen rum. Ich bin jetzt nur am überlegen, normalerweise ist der, ist das Lager bei mir immer im Keller. Aber dadurch, dass wir das jetzt hier an den Berg anbauen, könnte man das Lager auch hier hinten hinbasteln. Oder hier hinten, das wird, glaube ich, eher passen, weil wir ja in die Richtung mehr Platz haben. Da können wir ja auch mal ganz kurz gucken. So, mal schauen. Oh, meine Maus stört gerade ein bisschen. Kleinen Moment. Na, so, jetzt scheint es zu passen. Ähm, wir haben ja hier nach links ziemlich viel Platz. Das heißt, wenn wir da hier in den, äh, Berg reinbauen könnten, dann könnten wir das Lager auch im Erdgeschoss behalten. Das wäre, glaube ich, gar nicht übel. Das wäre jetzt ungefähr diese Höhe hier, so nach hinten. Also, ein richtig großes Lager. Und das wird auch genauso ausschauen wie in dem einen, ähm, Lager-Video, was ich auf meinem Kanal habe. Und ja, deswegen bin ich gerade am überlegen, ob wir das Lager wirklich hier überirdisch machen sollen. Normal geht hier so eine Treppe runter bei mir, wo es dann halt unten, unten so ein großes Lager gibt. Aber das würde gar nicht mal so schlecht passen, glaube ich. Wir müssen halt hier unten alles ausfüllen. Wegen diesem kleinen Teich. Vielleicht können wir den auch irgendwie optisch, äh, mit in den, mit ins Lager einbauen. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. So ein kleiner Teich im Lager, das wird eventuell auch gut ausschauen. Müssen wir uns mal überlegen. Müssen wir uns überlegen. Das können wir ja dann immer noch ändern. So. Musik. Wie schaut's aus? Ja, wunderbar. Das scheint zu klappen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Birken. Wo haben wir die Birken? Hm, so viel Birken haben wir nicht. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir da ein bisschen... Ein bisschen mehr davon bekommen. Jetzt müssen wir mal gucken. Hm, ist das ein Unterschied? Also bei, bei meine Kraft sah das schon deutlich anders aus. Ja, das ist ein bisschen heller. Ich kann das mal ganz kurz umstellen. Ich glaube, das hat keinen Einfluss auf die, auf die Aufnahme. Das finde ich übrigens geiler am Optifine-Mod, dass man, während man im Spiel ist, ähm, das Texture-Pack wechseln kann. Genau, back to game. Ähm, in meine Kraft würde das so aussehen. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal so, so unnice eventuell. Ja, werde ich das, ähm, ich weiß nicht, ob ich das von Honeyball aus darf. Ich muss mir da mal ihre Einschränkungen vom Texture-Pack, hoppala, vom Texture-Pack durchlesen und mich da mal ein bisschen informieren, wie das ausschaut. Wenn man da Teile von ihrem Texture-Pack verwenden möchte. Ich weiß nur, dass ich zum Download auf jeden Fall nicht zur Verfügung stellen darf. Aber das werde ich auch nicht machen. Beziehungsweise werde ich mich da auf jeden Fall nochmal, alter, werde ich mich da auf jeden Fall nochmal mit ihr in Verbindung setzen. Wenn sie mir antwortet, ich weiß es nicht. Ähm, falls ich doch irgendwann mal wirklich mein eigenes Texture-Pack mehr oder weniger zusammenstelle. Ähm, ob ich das irgendwo zum Download anbieten kann. Aber, ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, die Textur hier für die, für die Planken, die man aus Birkenholz bekommt, finde ich eigentlich, ja, eigentlich ganz hübsch im Vergleich zu dem hier außen. Eventuell sogar das Holz hier übernehmen für dieses, äh, Saw-Tex oder wie du siehst, für das andere Texture-Pack, was wir drin hatten. Gut, ich würde sagen, wir schalten jetzt, ähm, wieder mal hier rüber. Aber, wie gesagt, da werde ich mich auf jeden Fall nochmal drum kümmern. Und mal gucken. Vielleicht baue ich, wie gesagt, das, äh, Holzplanken-technisch mal hier in das Saw-Tex ein. Ich weiß auch nicht, ob ich das Saw-Tex verändern darf. Muss ich mich auf jeden Fall mal, ähm, ja, informieren. Das ist ein bisschen heller, gell? Ich weiß nicht, ob man das in der fertigen YouTube-Aufnahme sieht. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so. Ähm, wie gesagt, ich würde das gerne umstellen. Aber jetzt sehe ich den Unterschied nicht. Das ist, glaube ich, heller, gell? Na? Ich glaube, das ist es. Wenn nicht, dann werden wir das sehen, wenn wir mal zwischenzeitlich wieder auf, äh, meine Kraft umschalten. Und falls ihr irgendein geiles Texture-Pack kennt, könnt ihr mir das gerne auch zukommen lassen. Also über die Kommentare. Oder über einfach eine PN, äh. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht gibt's ja noch schönere Texture-Packs. Weiß ich nicht. Jetzt kommen wir da aber nicht mehr hoch, gell? Ach, Sinan, ach, Sinan, ach, Sinan. So. Einmal hier, einmal hier. Ich hoffe nur, dass das hier passt mit der Wand daneben. Das könnte nämlich sein, dass da trotzdem Gegner spawnen. Jetzt ist die Leiter da hingegangen. So, passt schon. Schlafen wir einfach mal. Nehmen wir mal unser Schwert in die Hand. Sicher, sicher. Scheint zu klappen. Alles klar. So, dann haben wir die Leiter wieder aufgehoben. Können wir hierhin klatschen. Prima. Schau, dann bauen wir mal weiter den Boden ein bisschen aus. Und danach wird es, denke ich, auch ins Lager gehen, dass wir zumindest schon mal für das gröbste an Items, zum Beispiel Erde, Cobblestones und Holz, eigene Thun haben. Dass wir da so ein bisschen Ordnung drin haben. Ich bin da ein absoluter Ordnungsfetisch. Das werdet ihr noch sehen. Früh genug. Also bei mir muss alles symmetrisch, also noch krasser als bei anderen bekannten Let's Playern. Das muss absolut symmetrisch sein alles. Auch beim Haus hier, das sieht man ja. Ich mag das nicht, wenn das irgendwie optisch in irgendeine Richtung verzogen ist oder so. Hier müssen wir übrigens auch noch eine Dingsschicht abtragen. Eine Erdschicht. Dass das Haus nicht ganz so in der Grube versinkt. Wobei wir das eigentlich noch nicht jetzt machen müssen, aber ich nehme ja einfach mal diese drei Reihen hier weg. Dann sollte das schon passen. Das ist nämlich auch, weiß ich nicht, dass wir hier so einen einstufigen Aufstieg zur Wüste haben. Das wäre jetzt erstmal mein Plan, aber das werden wir dann schon sehen. Dass wir hier eventuell noch eine schöne Straße machen. Da vorne wollten wir ja noch eine Brücke über diese Minischlucht machen. Dass wir da eventuell da hinten noch irgendwas hinbauen. Also wir haben tausend Möglichkeiten und die werden wir natürlich auch nutzen. Hoch. Hoch. Hoch.